Schon seit Anfang Juni ist der Mars-Rover Opportunity der NASA stumm. Wir hatten darüber berichtet, ein gewaltiger Staubsturm war über den roten Planeten gefegt und hatte den Rover damit daran gehindert, seine Batterien wieder aufzuladen. Und daran hat sich nichts geändert. Die NASA ist besorgt und hat jetzt einen Plan aufgestellt, wie es mit ihrem Mars-Rover weitergeht. Wie kritisch die Lage wirklich ist, jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Der Standort ist klar, vielmehr aber auch nicht. Der Mars-Rover Opportunity verharrt auf dem roten Planeten an einer Stelle namens Perseverance Valley. Doch er meldet sich nicht zurück und das schon seit dem 10. Juni 2018. Ja, jetzt versucht es das NASA-Forschungsteam offensichtlich mit allen Mitteln. So heißt es, dass jeden Morgen passende Aufwach-Lieder gespielt werden, wie etwa Here Comes the Sun von den Beatles. Denn wie der Zustand des Rovers derzeit wirklich ist, bleibt weiter unklar und der Song wird quasi als Signal genutzt, um dann eine Antwort vom Rover zu bekommen. Doch das Forschungsteam hofft weiter darauf, dass sich der Rover wegen des fehlenden Sonnenlichts selbst ausgeschaltet hat. Die NASA selbst bezeichnet die Lage als kritisch. Dennoch sei man vorsichtig optimistisch. Schließlich habe Opportunity schon viele kritische Situationen und Herausforderungen gemeistert. Und das waren in seinen 14 Jahren auf dem Mars so einige. Dennoch steht auch fest, der Rover hat bereits jetzt 60 Mal länger als eigentlich geplant auf dem roten Planeten ausgehalten. Denn ursprünglich war seine Mission auf 90 Tage ausgelegt. Seine Garantiefrist ist also schon längst verstrichen. Sein Zwillings-Rover Spirit war mit ihm im Jahr 2004 auf dem Mars gelandet und hatte ebenfalls den eigentlichen Plan weit übertroffen. Er hatte es 20 Mal länger auf dem Mars ausgehalten als ursprünglich vorgesehen. Dazu einer der beteiligten NASA-Projektmanager, John Callas. Wir hoffen, dass unser beharrlicher Rover seine Füße noch einmal aus dem Feuer ziehen kann. Wenn er es schafft, werden wir da sein und ihn hören. Und das dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, falls die Funkstille tatsächlich an dem Staubsturm liegt. Denn der hat nachgelassen und der Dunst um Opportunity lichtet sich so langsam. Der Plan der NASA jedenfalls ist ausgetüftelt. Erst wenn das sogenannte Tau-Level unter 1,5 fällt, werden die Experten wieder mit einer aktiven Kontaktaufnahme starten. Das Tau-Level ist eine Einheit, mit der sich die Anzahl der Staubpartikel in der Marsatmosphäre messen lässt. Das sogenannte Deep Space Network der NASA soll dann Kommandos zum Mars schicken und hören, was dabei herumkommt. Wenn Opportunity antwortet, soll laut des Zwei-Stufen-Plans sein Status ermittelt werden und der Rover dann schnellstmöglich wieder online gebracht werden. Es gibt aber auch noch ein zweites mögliches Szenario. Hier sieht es für Opportunity alles andere als gut aus. Denn die NASA kann nicht ausschließen, dass die empfindlichen Geräte des Rovers durch die massive Kälte auf dem Mars gestört worden sind und die Funkstille daher rührt. Dazu Callas. Wenn wir nach 45 Tagen keine Reaktion des Rovers bekommen, wird das Team gezwungen sein, davon auszugehen, dass der Rover sich nicht mehr erholen wird. Wir werden in diesem Fall aber mehrere Monate lang weiter passiv nach Opportunity lauschen. Selbst dann bei einer solchen passiven Suche nach Signalen gibt es nach Angaben der NASA aber noch Hoffnung. Der Grund ein Phänomen, das man 2004 sowohl bei Spirit als auch bei Opportunity beobachtet hatte. Damals waren die Energielevel der Rover über Nacht um mehrere Prozent angestiegen. Und das obwohl sie nachts hätten eigentlich abfallen sollen. Doch das Rätsel konnte gelüftet werden. Eine Staubhose, also von Wind aufgewirbelter Staub, hatte die Solarpaneele gesäubert. Genau das könnte natürlich auch im besten Fall jetzt wieder passieren. Falls Opportunity dagegen für immer verstummt sein sollte, kann die NASA sich ja noch mit Curiosity trösten. Denn dieser Rover ist nicht von Sonnenenergie abhängig. Zudem soll ja Ende November ein weiterer Lander auf dem Mars ankommen. Sein Name, INSIDE, seine Mission, das Innere des Mars erforschen. Und jetzt! ClickZoom wird werbefrei. Keine Pre-Rolls mehr! Mit eurer Hilfe! Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab. Bald ist es beim ersten Video soweit. Werdet also Mitglied hier unter dem Video draufklicken und bekommt noch exklusive Extra-Videos, exklusive Livestreams wie am kommenden Dienstag und noch ein paar weitere Privilegien. Ein riesen Dank an all diejenigen, die schon dabei sind, das ist wirklich absolut fantastisch. Ja, es werden immer mehr und wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp, dann bekommt ihr den Link zum Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken 1000 Raketen zum Mars. Bis dann! Bleibt dran!